Hallo, wieder zu Hause, wieder alles beim Alten oder fast alles. Es war sehr schön auf unserer Reise durch die Schweiz. Wir haben viel gesehen, viele schöne Dinge erlebt mit den Reinigungen, die wir auch unterwegs gemacht haben, die Orte gereinigt. Ja, es war eine schöne Erfahrung. Und jetzt wieder hier. Ich habe mich richtig gefreut, wieder die Verbindung mit der Mutter des Lichts für uns zu machen. Und ich habe mich mit ihr verbunden und ich habe das Bild bekommen, wie sie so freudvoll ganz viele Blüten zu uns schickt. Genau, und jetzt schauen wir, was sie uns heute sagen möchte. Sie sagt, ich grüße dich von Herz zu Herz. Ich bin mit meiner ganzen Liebe hier, verbunden mit dir. Mein Lichtfeld ist klar und ich freue mich auf diese Begegnung heute. Ich habe die Verbindung über längere Zeit über die Erde gehalten und ich bin immer wieder zurückgekehrt in diese Dimension. Und jetzt bin ich in einer anderen Verbindung zur Erde da. Und ich schütze und ich hüte dich. Ich bin sehr klar in meinem Geist. Ich bin sehr rein und frei. Und ich unterstütze dich, in diese innere Freiheit zu kommen. Ich bin ein reines Licht der Liebe und ich verbinde mich mit meinem Herzen, so klar und rein mit dir. Auf meiner Reise über die Ebenen der Erde, das menschliche Dasein, habe ich ganz viele Dinge erfahren. Und ich habe mich hier auf Mutter Erde gestärkt und geschützt. Ich lernte, wie ich mit reinem Herzen in die Verbindung zum Licht gelange. Ich lernte, wie die Liebe, das reine Licht in mir, ganz vertraut und leicht wurde. Und ich habe erkannt, dass dieser Weg auf der Erde ein reichhaltiger ist. Es ist ein starkes Licht, das dir zur Verfügung steht. Und umso bewusster du es erkennst, umso reiner und leichter wird es. Es ist die klare Information, die ich dir jetzt mitteile. Ich bin in Liebe hier und ich verbinde mich ganz mit deinem Feld, mit deinem Energieherz, mit deiner reinsten Liebe. Vertraue unserer Verbindung. Die Erfahrung, die du immer wieder machst auf Mutter Erde. Es wiederholt sich, es ist ein stetiges, wie ein energetisches Netz. Ich sehe jetzt einfach so eine Bewegung. Und du triffst immer wieder an diesem Punkt, der dich hindert, in deinem Dasein, in deinem lichtvollen, leichten, freien Bewusstsein zu sein. Es kommt immer wieder diese Energie, die dich überrumpelt, die dich übernimmt. Ich möchte heute mit dir diesen Raum betreten, in dem du dich dieser Energie stellen kannst, da wo du jetzt gerade bist. Ich führe dich in diesen Raum. So kannst du einen Moment deine Augen schließen. Und dich ganz mit mir verbinden, dich öffnen. Und diese reine Energie zulassen, die ich dir jetzt zur Verfügung stelle. In deinem Herz, das reine Licht, die Blüte, rein und klar wahrnehmen. Und das Licht darf sich nun immer weiter ausdehnen. Und ich nehme dich an der Hand und öffne ein großes Tor. Das vor dir ist. Und gemeinsam durchschreiten wir dieses Tor. In diesem Raum ist reines Licht. Lass dich von diesem Licht umhüllen. und nehme es ganz in dir auf, in all deinen Zellen. Und hier kannst du dich ganz entspannen. Du kannst dich entspannen und das reine Licht aus diesem Raum in deinem Herz aufnehmen. Du kannst dir den Trichter vorstellen, der sich öffnet. und dieses reine Licht vor dir und dieses reine Licht direkt in dein Herz steuern. So dass dein Lichtherz immer klarer, freier und leichter wird. Und nun kannst du dir vorstellen, wie dein reines Licht aus deinem Herzen, das Thema, das dich beschäftigt. Einlädt, dass alles, was im Zusammenhang steht mit dieser Energie, ob es Angst ist, ob es ein Thema in einer Beziehung ist, ob es ein Thema in einer Beziehung ist, das, was gerade da ist. Kannst du in Liebe zu dir in deinem Herzen aufnehmen. Und es transformiert sich in reines Licht. Und alles, was mit diesem Thema im Zusammenhang steht, über alle Zeiten, über alle Inkarnationen und Ebenen, alles, was es ausgelöst hat und der Ursprung, wo es entstanden ist, nehme ich in Liebe in mein Herz. Weil ich dies erschaffen habe und das ein Teil von mir ist. Ich nehme es in mein Lichtherz. Und alles transformiert sich in reines Licht, in Liebe, zu mir, und zu allem sein. Und ich übernehme die volle Verantwortung, für das Handeln und allem, was damit im Zusammenhang steht. Und ich vergebe mir für alles, was ich mir selbst oder anderen angetan habe. was mit diesem Thema im Zusammenhang steht. Und ich vergebe allen Beteiligten, die mit diesem Thema im Zusammenhang stehen. Und ich bedanke mich. Und ich bedanke mich. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie ganz viele Funken, diese Energien verwandeln in reines Licht. Ob du es jetzt wahrnimmst oder nicht. Es darf jetzt geschehen. Und die ganze Kraft, diese ganze Energie, die sich verwandelt, darf sich ganz integrieren und dich stärken. Nun stellst du in diesem reinen, klaren Raum mit mir. Ich lege meine Hand auf deine Stirn. Ich lege meine Hand auf deine Stirn. Ich lege meine Hand auf deine Stirn. Und du bist hier, die dir jetzt begegnen. Und du bist hier. Ich lege meine Hand auf deine Stirn. Und du bist hier. Und du bist hier. Und du bist hier. Und du bist hier. die weiße Taube in dein Feld fliegen lässt und sie sagt, die Energie befreit sich. Sie geht wieder einen Schritt zurück und bedankt sich und schickt wieder ganz viele Blüten zu uns. Und sie sagt, erkenne die Schönheit in allen Dingen, das Licht. Ich bedanke mich und ich nehme sie so freudvoll wahr. Ich bedanke mich bei der Mutter des Lichts und bei dir natürlich. Und ich freue mich, dass es jetzt wieder weitergeht mit der Meditation, Heilung. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und Abend. Bis bald. Ciao.